Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist, das ist der Liebherr Jesu Christ. Der jüngste Tag ist nun nicht fern, komm Jesu Christ, der Lieber Herr, kein Tag vergeht, wir warten kein und wollten gern bald bei dir sein. O treuer Heiland Jesu Christ, dieweil die Zeit erfüllt ist, die uns verkündet Daniel, so komm lieber Immanuel. Der Teufel brecht uns gern zu Fall und rollt uns gern vor Schlingenpahl. Er tracht nach Leib, Seel, Mut und Ehr, Herr Christ, den alten Drachen wehr. Ach, lieber Herr, all zum Gericht, lass ihn dein herrlich Angesicht, das Wesen der Dreifaltigkeit, das helf uns Gott in Ewigkeit. Drachen wehrton. Drachen wehrton. Vielen Dank.